Herzlich willkommen zum Seminar der DWS Steuerberater Online GmbH zum Thema Sanierungsberatung. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Cornelius Nickert. Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater. Ich bin Fachanwalt für Steuer- und Insolvenzrecht und Partner der Kanzlei Nickert. Ich halte das Seminar gemeinsam mit meinem Kollegen Matthias Kühne, das ich später noch kurz vorstellen werde. Vielleicht ein, zwei Hintergründe zu unseren Personen. Wir sind auch eine interdisziplinäre Kanzlei aus Steuerberatern und Rechtsanwälten. Mittlerweile aber mit einem ganz klaren Fokus auf die Sanierungsberatung, auf die Krisenberatung, auf die Beratung von Unternehmen schlicht in schwierigen Situationen. Ja, was wollen wir heute machen? Wir haben einen Grobüberblick über das Thema Sanierungsberatung. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt sind berufsrechtliche Hintergründe. Das Thema darf der Steuerberater Sanierungsberatung betreiben, Berufsrecht. Die zweite Frage, wie schaut es denn aus mit der Haftung des Steuerberaters, wenn er sich in diesem Bereich bewegt? Und das dritte, was kann man tun, um ein tatsächlich vorhandenes Haftungsrisiko zu minimieren? Dann gehen wir ein im zweiten Part auf Sanierungsgutachten, Anforderungen der Rechtsprechung. Wie schaut es aus, was sagen verschiedene Standards, die beispielsweise das IDW konstruiert hat oder entwickelt hat? Und zum Schluss, was ich denke, was ganz Entscheidendes ist, ist die Frage, wenn ich so einen Sanierungsfall vor mir habe, die Durchführungswege der Sanierung, wann, in welcher Situation ist welcher Durchführungsweg das richtige Mittel, um das Unternehmen wieder aufs Gleis zu bringen? Ja, vielleicht eine kleine Vorbemerkung. Jedes Unternehmertum ist von Risiko geprägt und Unternehmerrisiko manifestiert sich gelegentlich in Form von Unternehmenskrisen. Das kann sich weiterentwickeln bis in die Insolvenz hinein. Das heißt, wir bewegen uns allgemein im Risikoumfeld. Unsere Mandanten bewegen sich in dem Risikoumfeld. Und das Ganze wird nach unserer Einschätzung befeuert durch die Digitalisierungstendenzen. Das führt in der Unternehmensumwelt zu gewissen Umbruchssituationen. Man kann sich als Faustfarme vielleicht merken, alles, was künftig digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Das bedeutet, wir müssen uns auf einen Wegfall oder zumindest auf eine erhebliche Reduktion mechanischer, händischer Tätigkeiten einstellen. Das wiederum hat natürlich Auswirkungen auf die Prozesse, das hat Auswirkungen auf die Kosten etc. etc. Und ich denke, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass es einerseits neue Arbeitsplätze schafft, da wird immer wieder genannt, diese MINT-Berufe, wird aber auch dazu führen, dass verschiedene bestehende Arbeitsplätze vernichtet werden. Diese Umwälzungen in der Wirtschaft haben natürlich auch gravierende Umwälzungen bei den Steuerberatern zur Folge. Wir sprechen da nicht nur über die Kunden der Steuerberater. Das mag vielleicht sogar bis hin in den Steuerberatenden Berufsstand an sich hineinreichen. Vor diesem Hintergrund stellt sich auch die Frage, welche Chancen wachsen dem Steuerberatenden Berufsstand hieraus? Und dazu zählt nach unserer Meinung die Sanierungsberatung auf jeden Fall mit dazu. An der Stelle möchte ich auch auf das Merkblatt des DWS-Verlags Merkblatt 2 2016 ganz kurz verweisen zum Thema mehr Umsatz durch betriebswirtschaftliche Beratung. Die Sanierungsberatung kann man einfach als einen Teilbereich dieser betriebswirtschaftlichen Beratung interpretieren. Und ich sehe eine ganz, ganz große Chance für die Steuerberater, die wir nicht ohne Not oder kampflos den Unternehmensberatern preisgeben sollten. Ja, dann fangen wir gleich mal an mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der Steuerberatung. Die erste Frage, die sich stellt, was sagt denn eigentlich unser Berufsrecht dazu? Was regelt unser Berufsrecht zu den Rahmenbedingungen der Sanierungsberatung? Sie wissen, unser Berufsrecht ist geprägt. und zwar die vier Jahre zu müssen. Die erste Frage, das war's sozusagen in der Kirchen Gauss. Kann man sich beim Begeisterwerb? Das war's. Die erste Frage, die zweite Frage, die muss sich um ein Kino Uhr naturieren? Die zweite Frage nachzones Äußerung läuft.